Hey Leute, in dieser Anleitung zeige ich euch, wie ihr beim WhatsApp-Status mehrere Bilder oder Videos auf einmal senden könnt. Um im Status etwas zu senden, müsst ihr unten auf Aktuelles gehen und dann drückt ihr hier auf das Symbol Mein Status entsprechend drauf. Dann habt ihr die Möglichkeit zu teilen. Jetzt geht ihr hier links auf dieses Bildersymbol drauf. Dann könnt ihr nämlich auch ein Bild auswählen aus der Galerie, aus dem Ordner. Und ich mache das jetzt hier mal bei meiner Kamera entsprechend. Und jetzt klicke ich nicht ein einfaches Bild an, sondern ich halte es fest. Und somit kann ich jetzt eine Auswahl treffen. Ich entscheide mich jetzt hier mal für drei Bilder, drücke den grünen Haken und hier sind die drei Bilder. Ich kann sie mir nochmal anschauen. Ich kann auch eine Bildunterschrift hinzufügen, wenn ich das dann möchte, irgendwas eingeben. Ich kann die Bilder auch hin und her schieben noch oder eben hier über das Mülltonn-Symbol löschen. Und dann brauche ich nur noch auf den grünen Button hier unten rechts drücken und das Ganze teilen und dann ist es im Status. Ich hoffe es hilft euch. Wenn ja, Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.